Kilogramm Tomaten, elf große Zwiebel, eins, zwei Knoblauchzehen, 15 Esslöffel Olivenöl, Klammer auf ein Lorbeerblatt, elf Esslöffel, getrocknete Ital, Kräuterlsalz, eins, Pfeffer, Zuckerl, ein bis zwei Esslöffel dunkler Aceto-Balsamiso für vier Personen, 10,40 Zubereitung, pro Portion ca. 135 Kilokalorien, ein Gramm EW, 13 Gramm F, 4 Gramm K. Tomaten kreuzweise einritzen und mit Kochen dem Wasser überbrühen. Tomaten häuten, von Stiel ansetzen, befreien und würfeln. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Öl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch, darin andünsten. Tomaten Lorbeerkräuter, Salz und Pfeffer dazugeben. Aufkochen und 20 köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Essig abschmecken. Zwiebel und Knoblauch schälen.